Da ist doch das Zoo, das lebt doch noch! Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Trouble in Terrorist Town zusammen mit dem Atterboom Moin Sascha Dem Smiley Moin Alter Schwede Pippe Lennig ist auch dabei Mahlzeit Chris Gold auch Moin Der Earthquake Der sich gerade gemutet hat Ich bin gerade gemutet gewesen Tut mir leid Nein ich spiele noch nicht mit Achso tut mir leid Warte mal hallo Earthquake Der schüttelt sich noch Der äh die feindliche Übernahme ist dabei Das ist der Teddygun Genau Ähm der Flutterfighter Jaaaa Der Schichty Hallo Sonic Yo Und der Tracy ist auch dabei Wuff Wuff Moin Ja Und dann würde ich sagen ich geb mal die Runde frei Balada Ja Obwohl nicht Da ist glaub ich schon jemand gestorben Falsche an? Nee Teddy hatten falsch an Alles klar Teddy Hier spiel die Web Neta Auf dem liebigen Spiel Minecraft von Sascha Was ist denn los bei dir Teddy Warum springst du die überall rum Ah das weiß ich auch noch nicht Hehehe Einfach mal ausprobieren Ja Gucken wie lange her Falsche nacheinander Markus Oh Oh Blöse Scheibe Da oben hat irgendwo rumgemacht Ja das war mein Ich hab die Scheibe kaputt gemacht Das hat ihn entgegen gekillt Oh Nein Niemals Nein Doch ist ihn da? Oh Oh Er hat gestorben Das war der Teddy Der ist sowieso schon fast tot Uff 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 Vorsicht hier neben der Leiche von Uff 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 Ich bin ins Feuer gefallen. Das ist ein Treuer. Ja, ne ne ne. Ein Treuer unter Dano von mir. Das ist das. Bladdig und Sascha. Hä, was? Bladdig? Wo ist Bladdig? Bladdig? Wo ist denn Sascha? Bladdig? Warum sind die schon alle gehört? Ich bin ins Feuer gefallen. Oh, da hat jemand die Brücke verschwinden lassen. Ja, da hinten. Auf der anderen Seite. Könnte auch smiley gewesen sein. Richtig. Könnte auch smiley gewesen sein. Was? Am Arsch? Am welchen Arsch? Tötet es! Nicht sterben, bitte. Ich probier's. Oh, ich bin in die Lava gefallen. So, Chris ist wieder da. Nein! Na, zumindest ein Traitor ist draußen. Komm, jetzt kommt hier. Das ist aber was? Guildjumps. Ja, genau. Bei den Skilljumps habe ich 25 Leben verloren. Einmal in die Lava verloren. Warte, was hast du mit deiner Hand? Ist das die Strike oder? Was? Das ist das Netzwerk? Strike 12, oder? Ja, Strike 12. Es sah ja im ersten Moment so aus wie eine Friendship Gun. Äh, Friendship Gun. Ja, alles klar. Schieb mir das noch in die Schuhe, die ich gar nicht haben kann. Ich hab ja nur gefragt, Mensch. Ja. Warum kommst du mir jetzt hinterher schon wieder? Bitte schön. Ich will ja auch. Ne, 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 ne. Okay, ich geh in den Tunnel. Okay, fände ich gut. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin alleine. Sonic, warum machst du denn so still die ganze Zeit? Äh, ich stehe die ganze Zeit und beobachte euch. Äh, links rein. Okay, ich stehe doch ehrlich. Oh Gott, verkaufe ich alles an. Was machst du da? Crazy und Chris sind. Ja? Ich hab Utter getötet, Chris. Ich bin safe. Mhm. Sieh die alle! Ich sehe niemanden. Ich sehe niemanden. Ja, ich bin ein Shopping Queen. Ja, ja. Vorsicht. Übrigens, unter dir ist ein Traitorfalle. Da solltest du nicht stehen bleiben. Ich will deine Shopping Queen. Der Boden kann verschwinden. Oh Chris. Oh Gott. Der Boden kann verschwinden. Oh Sascha. Der ist hier noch alles. Also viele. Geht doch mal weg jetzt. Ich muss mit dir kommen. Geht hier einfach alle dahin, wo ich hin will. Ich will nicht. Ich gehe mir in die Ecke und schäme mich. Hey. Wir haben ein bisschen Party für euch. Hey! Party! Das ist sogar angekündigt. Der Dick, lebst du euch? Ja. Was soll das? Da hinten ein bisschen, ne? Oh Gott. Wer ist denn das hier? Robert. Hallo. Also, ich will ja nichts sagen, aber die Traitor sollten vielleicht so langsam mal loslegen. Oh, da kommt. So langsam, ne? Oh Gott. Viel Zeit haben sie jetzt nicht mehr. Wir sind in Auferteilen. Wir haben gerade mal in zwei gekillt. Ich habe mich nicht getroffen! Da hinten hat der, der, Sonic ist, Sonic ist. Und warum? Du hast einen abgeknallt und nicht identifiziert. Ich habe es gesehen. Er hat das gelabert. Er hat das gelabert. Äh. Flatter, Flatter, Flatter schießt auf mich. Nee, schick, schick. Stirb doch! Nein! Nein! So als Frage, hat jetzt jemand durch diesen Boom Body gestorben? Ja, Chris, aber den habe ich wieder gelegt. Ich habe den als Toter nämlich angeklickt. Buddy Boom heißt das Ding. Ja, Buddy Boom, ich habe den als Toter angeklickt. Dann stirb echt jemand. Wie ist das denn? Aber jetzt mal ganz peinlicherweise muss ich zugeben, ich habe 75 Schaden in der letzten Runde gekriegt und alle durchgekriegen. Oh, Sascha! Ich habe deine Worte. Ich will ja nichts sagen. Ich bin schon wieder in Lava! Sascha, ich habe mich nicht über dich aufgeregt. Bitte, bitte! Ich musste in die Fischplatte beißen. Weil jedes Mal, wenn ich einen Body Boom werfe, entweder ist natürlich selber dabei oder hinter mir steht jemand. Das ist hier blöd. Muss der Deter, kann der mich bitte heilen? Nee, nee, ich muss ja T. Da ist einer gestorben. Hä? Huch! Ich bin in Lava gespielt. Ich guck hier rum. Ja, das ist schon sehr clever. Smiley, guck mal hier. Smiley, guck mal hier. Warum ist hier eigentlich genug? Oh, hier ist ein Ball ausgelöst worden. Smiley und Sonic sind halt auf dem Hochhaus. Da liegt einer drin. Ich bin bei Chris und Akka. Ähm, hier oben, wo die Lava ist. Ähm, hier oben, wo die Lava ist. Da kommen wir keine Ahnung. Komm mir nicht über diese Trudel zu gehen, wo? Geh doch einfach. Passiert doch nichts. Nö, ich kann immer weg. Ja, geh weg. Die Tür ist halt weg! Ist das voll ich in tot? Auf mich wurde hier gerade irgendetwas geballert. Baby oder so, keine Ahnung. Ist das nicht immer geschossen? Ist das nicht immer gestorben? Und hier ist die nächste Falle. Ich trage mich nicht darunter zu gehen. Wo ist der Deter? Ich aber ich hab nicht mehr genug Punkte für den Nein Das steht bestimmt die Wahrheit Autsch Hier steht bestimmt die Wahrheit drauf Anteil ist tot Anteil ist tot Ja toll Alter hier sind Worte Hast du das echt gemacht Sonic? Hast du das echt gemacht? Da hast du das echt gemacht Ich hab was? Ist jemand in Blut und Sprich in Lava? Ich nicht Ja hab ich Ich weiß wie immer ich sie geht viel zu unbedacht über die Brücke Das macht man nur als Trick Ja Was denn? Ich weiß nicht Ich weiß nicht Sagt mir nicht jetzt mal über die welche fallen Ja Ja natürlich Ich glaub die Mac-Wimmel-Toto verfallen Was schon mal Data passiert Die wird jetzt diese Traitor-Falle hier Oh sie ist schon eine kleine Hier ist eine Falle Wow Da Ey wie oft soll ich euch denn noch sagen dass da einer Tod drin liegt Meine Fresse Hab ich auch schon gesagt Oh du Oh du Oh du Nein Leute hier sind gestorben Ah ist einer in der Lava Rechts von dir Chris Ach da Genau Identifizier mal wenn du kannst Hier ist eine Falle Hier ist glaube ich eine Falle oder? Oh hier ist eine Falle Redet und wo Oh Robin da war jetzt aber auffällig Höh ist hier echt eine Falle? Höh? Höh? Oh das war knapp Oh jetzt abgangsmiley Wie ist das denn? Wie ist das denn? Wie ist das denn? Wie ist das denn? Ja ja Ich kann ihn nicht identifizieren Kannst du nicht oder willst? Ich kann nicht Ich kann nicht Stimmt kann man echt nicht Ich probiere es auch gerade Ja Habe ich recht? Geht's noch raus Doch jetzt geht's Herr Lieber auf Hey Ich bin sein Kollege Ich sehe dass du das herst Warum schießt du mich an? Willst du mich veräppeln? Ich hab eh schon kein Leben Ja weiß ich ja nicht Ich will dass du vorgehst Ich hab eh schon Das muss man mal aus dem Kontext nehmen Wir gehen zusammen rüber Nur dass du mich nicht getroffen hast Sonst wäre ich tot gewesen Komm 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 Wollen wir losrennen? Ja ja Ok 3 Ok 2 1 E drücken E E E E E E Oh ich glaub du bist safe Ich glaub die beiden sind Traitor Ich glaub du bist safe Robin Ich glaub die beiden sind Traitor Deine Mama ist Traitor Dann wirds aber aktiviert wenn ich jetzt rübergegangen wäre Hätte ich auch Oh Gott Eaj digger lass mich weg hier Holy shit Ja Gottwörtlich Josi Oh 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 Ich bin über die alte Web geflogen Wow warte Seid Wow Ich hab noch 2 HP Was ist denn denn passiert? Wow wow Chris 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 Ne das ist blattig Bei mir oben Lebt der Deete noch? Ja Ganz ehrlich, ich ruf so Chris aus, als er mich abknallt. Was hat der Atta gemacht? Was hat der Atta gemacht? Das ist das zweite Mal, dass Chris mich totet. Ich ruf ihn aus und keiner reagiert. Wer ist denn eigentlich in die Lava gefallen in der Fläche? Und der, der mich gekillt hat, war hinter mir und das war Chris. Ja, ist richtig. Ich weiß schon mal, wo du dazu gestanden hast, aber hätte ich schon auf dich schießen sollen. Ich würde diesmal gerne nicht durch meine eigene Schuld sterben. Nein, da gibt es auch nicht schon wieder Lava, nein. Ich bin tot. Bleib doch mal von der Lava weg, du musst doch nicht reinspielen. Das heißt nicht Jump Lava Scare oder so, das heißt hier einfach nur Leben. Brücke weg. Brücke weg? Ja, Brücke weg. Er hat die Falle ausgelöst, wo du rüber gerannt bist. Ja, weißt mal, die ganze Leute sind gestorben. Ist er wirklich? Ja, muss er ja. Wer ist denn hier rüber gelaufen? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Atta Boomer hat ihn in den Molotow geworfen. Das ist eine glatte Lüge. Wo soll denn das gewesen sein? Ganz genau gesehen, Atta und Bleddick sind's. Was? Wo? Ja, Bleddick, du standst genau neben Atta. Ich glaub, es war eher Sascha. Ja, genau. Sascha ist. Licht ist tot und... Leute, Bleddick und Atta sind zum Abschluss freigegeben. Ach, so'n Quatsch. Wer? Mit welcher Begründung? Atta Boomer und Bleddick. Warum? Doch. Das ist eine letzte Lüge. Was haben die gemacht? Atta Boomer hat einen Molotow geworfen und Bleddick stand daneben und hat nichts dagegen gemacht. Ich weiß ja nicht, was du siehst. Ich hab's noch nicht mal gesehen. Ja, Bleddick war noch nicht mal bei mir. Ja, natürlich war Bleddick. Gut, ich oute mich, ich bin Tee, aber Bleddick war nicht bei mir. Oh, oh, da kommt jemand mit Gravelinghook. Das find ich gar nicht gut. Alter, da unten in Jahrtausende gleich. Ich finde, Twizy sollte mal wieder ein bisschen mehr TTT spielen. Willkommen zurück im Glück. Nein! Ehrlich, Alter. Ernsthaft. Ernsthaft. Ernsthaft, Sascha. Ich hatte keinen Platz für den scheiß Abend. Okay. Aber, aber... Der hat die Leiche nicht gesehen, die du nicht in der... Ich hätte... Ich hätte dann einen eigenen gekillt und musste dann die Situation irgendwie retten, weil dann ein Unschuldiger die Falle gesehen hat. Deshalb hab ich dann schnell Tracy ausgerufen. Das Lustige, die drei Leute, die über die Brücke sind, sind durch mein Tod gestaumt. Ich hab mit dem Händen schon, aber das stimmt. Ich geh nicht wieder über die Brücke, ey. Da kannst du nicht so mehr hergehen. Oh, komm schon ernsthaft jetzt, Leute. Ey, einmal Falschatten, zweimal Arbeit. Hört ihr auf mit der scheiß Disco, Alter? Kann mich mal nicht mehr schießen oder so ein Scheiß? Aber so ein Chris... Nein. Alter, lecker. Das ist auch der typisch Chris. Ja, auch hier ein Tier, aber es explodiert nicht. Gott sei Dank, sonst wäre ich schwierig. Oh, Alter. In Tatia. Ja, ich bin in Lava gefallen. Ich bin in Lava gefallen. In Tatia. Teddy. Teddy. Teddy, ich jag mal für dich die Lava nicht, Junge. Hat nicht funktioniert. Schade. Sie brannte schon. War eine Plasma. Nein, Alava! Nein, ich hab wieder Alava! Lutter. Es sei doch alle echt. Ich trau dich nicht. Das ist hier ein Unwetter. Ich schieße mal mit der goldenen Nickel auf dich. Das ist kein Unwetter, das sind Handgranaten. Mann, ich will eine schrotze. Kann ich da rüberspringen? Ja, kann ich. Hallo, Fleddick. Boom, Headshot. Hä? Hä? Wo ist denn Sascha? Lebt doch noch. Was, was? Sascha ist glaube ich Traitor. Warum bin ich Traitor? Oh, war auch... Weiß noch nicht. Ja, war noch. Das ist immer so mies, ich lese immer Schichty und denke, das ist Sascha. Wenn ich Sascha lesen will, ist es Schichty. Worauf schießt du? Oh, ein Huhn! Ein Huhn! Ein Huhn! Ein Huhn! Ein Huhn! Traitor-Item. Was? Das Huhn ist ein Traitor-Item? Nein, es gibt auch einen Huhn als Traitor-Item. Oh nein, das war knapp. Okay. Und wenn das noch nicht zuläuft, dann explodiert das Huhn. Ja, nein, 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 nein. Das läuft aber nicht mehr, glaube ich. Oh, das ist krach. Oh, das ist krach. Da hat der Rafa Bum gemacht. Nein! Nein! Da ist doch mein Name hier an der Wand. Ja, nicht der. Da ist der Identify. Oh mein Gott, ich hab mich selbst befreit, ey. Oh, wie war das? Jetzt geht jemand nur ganz leicht. Wer denn? Da ist doch der Su, das lebt doch noch. Oh, hallo. Warte, warte, warte. Guck mal, Alter, was ist da los? Au. Was ist da los, ey? Chris, da ist doch dein Huhn. Wir waren bei dir. Und der Ding? Aua, 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 aua. Alter! Kann ich jetzt mal wieder ein, Junge? Kann ich mal jemanden ausmachen? Einfach mal kurz ein Hedgehog geben? Nee, bin mal wieder Chris. Ich glaub, der Gack hat weiter. Problem ist, er ist glaub ich schon tot. Wahrscheinlich ist gar keiner deshalb. Geh mal wieder. Geh mal weg hier. Smiley und Sascha sind... Was? Ja, ja, ey. Ich bin halt der Ataboum hinterher. Ich weiß nicht. Smiley war sicher, der hat... Nein, 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 nein. Ich weiß wirklich nicht. Da ist gerade ein Dete vor mir umgefallen. Ich hab Schichti umgelegt, der hat schon eine AWP in der Hand. Bitte identifizieren, Smiley. Nein, ich sag ja, da ist gerade ein Dete vor mir. Ja, aua, sicher. Oh, warst du echt nicht. Er kommt nicht mehr klar heute. Scheiße, was ist bei euch denn los? Eskaliert halt! Irgendwie schon. Alter. Ach, Mann! Alter! Könnt ihr mich jetzt gar nicht einkriegen? Die sind an den... Alter! Ist ja gut jetzt. Ich komm nicht mehr klar. Was hab ich gehört? Ist gut, Robins Penis ist vielleicht klein. Aber so witzig ist es auch nicht. Ich komm schon. Alter, wer hat mich damit gesehen mit der AWP? Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Warum lachst du überhaupt? Ich bin schon wieder in Lava gefallen. Da hast du mich umgelegt. Als du mit der AWP in der Ecke standst? Hä? Ich hab schon gedacht, Sascha war. Ja, das war der genau in derselben Ecke geworden. Wer hat eigentlich den Molotow geworfen? Wer hat jetzt eigentlich geworfen? Warum sporen denn Lava? Great Arm gewonnen. Also war Sascha. Ja. Ja, also hast du Atta weggemacht mit der Mell. Ich brauche Luft. Ja. Du Ratte. Was war da jetzt so los? Ich hab's nicht verstanden. Oh, ne, ist ne huge. Ey, 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 ey. Negef. Ey, ich bin viermal auf dem Ecke gestorfen. Drei mal den Namen genommen. Negef im Haus mit, äh, hier... Aua! Mit Endstone. Warum schießt du mich an? Ich hab' in die angeschossen. Ey, ich hab' den Nägel. Soll ich dich da angeschossen oder was? Ne. Ich hab' schon wieder falsch gemacht. Ich hab' sie in der Lava vernichtet. Oh! Friendship Beam. Vielleicht Smiley. Nein, 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 nein. Oh, ich bin direkt neben mir. Oh Gott. Ich bin da nicht immer. Ich bin da nicht so ne... Dadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaada und ich habe auch jemand bei dir? Auf dem Turm ist jemand tot Auf dem Turm ist jemand tot Ihr seid das sowieso beide Wer lebt? Doch es lebt noch keiner mehr außer den Traitern und ich lasse gerade so nah an mich ran, dass es gar nicht mehr klar geht Ich lebe auch noch Ich lebe auch noch Meine Brücke geht mit mir Hallo Sattel Ja, ich habe so gehofft Hey, 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 hey Was geht das auf mich? Ei, ei, ei Eskaliert halt Alter Usher, bleib unten Ich lebe noch Was, Atta? Oder wer hat das gerade gesagt? Dich, Teddy Achso, Teddy Ich gebe es an Achievement für Ich gebe es an Achievement für Ich werde gleich werde getötet durch irgendeinen Scheiß Aber ich kann über die Brücke schrauben Alter, Alter, Alter Oh Shit Oh Shit Das war fast gut Ach, Mann Aua Splendic war Inno tot Innozent Ist tot Ja Wer lebt denn noch? Äh Richtig Habt jemand Vater gesehen? Achso Oh ne, jetzt ist mein Spiel wieder abgekackt Ach komm schon Es war noch ne gute Runde Oh Ist die Strafe? Ey, ist das dein Ernst? Ey, das gibt's doch nicht Hatten Bullshit, ey Atta, tot Traitor Toll Eitsch Ich komm raus Wo immer ihr seid Ja, ja Immer diese Random Killer Alias Hier Smiley Hier Weißt was? Der runter haue ich dir einfach nur in die Nüsse Schieß doch auf mich Einfach nur in die Nüsse Smiley, ich haue dir einfach nur in deine kleinen Erdnüschen So Schieß doch einfach auf mich Ja Ich hab doch noch nichts gemacht Und die Traitor leben, also Oder? Oder? Das bezweifle ich so'n bisschen Ja, der ist Traitor, ok Nein, ich hab doch ein Traitor Ich hab doch Traitor gemacht Ich hab doch Traitor gemacht Oh ja Oh oh Schichty, ich hab doch Traitor abgeschossen Natürlich Boom Ja Ja Och man Oh Nee, nee, nee Wo seid ihr denn? Da nicht Ich hör nur Boom Da nicht Ja Ach schon wieder falscher Eikon Mann Wie blädd ich euch noch? Ja 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 Ich hab doch die ganze Zeit Ich war ja mal tot in dieser Runde Ja Ja Ihr habt ja Zeit Ja, ihr habt Zeit Wenn euch irgendjemand sieht, dann soll sich darauf gefasst machen, dass ich schieße Ah, hab ne tote Leiche entdeckt Oh, diese scheiß Türen Lass mich da raus jetzt Ja, du musst ja auf mich zukommen, also mir ist es egal Nein Es ist mir egal, wenn die Zeit rum ist Es ist mir egal, wenn die Zeit rum ist, dann... Pfff... Bist mir anders, Alter Hm Hm Oh Kommst du mich? Ja, nö, kommst du mir Ach, ne, doch Ah, tschüss Beide wieder so im Taktik Du stehst doch von hinten Wahrscheinlich du da hast Jo, gut, liebe Leute, das war dann ein Neurunde Trouble in Terroristown Und wir danken vielmals fürs Zusehen. Die Links zu den anderen findet ihr in der Videobeschreibung. Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Haut rein, bis die Tage. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.